Und wieder bricht ein Tag auf der Burg des Fürsten Takeshi an. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, seine Burg zu stürmen. Sein Gegner ist der General, der täglich neue Freiwillige findet, die mit ihm die Burg erobern wollen. Allerdings hält Takeshis Abwehr dagegen. Aya, der Fürst, ist vorbereitet. Sein Ratgeber, der verschlagene Berater Ishikura, trainiert die fürstliche Abwehrmannschaft. Ihr grösster Spaß ist es, den Kandidaten des Generals das Leben schwer zu machen. Heute ist der Fürst besonders gute Dinge, denn er hat einen neuen Lieblingsverteidiger. Einstmals wurde er als Agent verpflichtet, doch inzwischen hat er sich zu einem vollwertigen Mitglied in Takeshis Abwehrmannschaft entwickelt. Die Rede ist natürlich vom Verteidiger, der früher als Agent 00815 bekannt war. Seine Spezialdisziplin? Das Tortenwerfen. Aus bis zu 80 Metern schaffte er es, sechs Kandidaten auszuschalten. Oder waren es 80 Kandidaten aus sechs Metern? Der General stimmt seine Leute ein. Heute sind es 116 Kandidaten, die mit ihm neun Etappen überstehen müssen, wollen sie die Burg erstürmen. 116 junge Männer und Frauen, die seit vielen Wochen auf diesen Tag hin trainiert haben. Ah, der General bekommt ein Geschenk. Die Teilnehmer haben nämlich herausgefunden, dass er heute Geburtstag hat. Der General aber hat nur einen Wunsch. Die Burg des Fürstens soll heute endlich fallen. Auf geht's zur ersten Etappe, der Grenzmauer. Die Kandidaten müssen sie überwinden. Steil die Wand hoch, über die Kante und auf der anderen Seite lauert eine nasse, rutschige Schräge. Die Mauer ragt mehr als zwei Meter empor und die Prüflinge müssen sich mit reiner Muskelkraft über das Hindernis ziehen. Die Hobby-Sportler dürfen sich nicht von den Verziehungen auf der Grenzmauer ablenken lassen. Künstlerisch ist das alles zwar sehr anspruchsvoll, jedoch ist es für sie wichtig, die Grenzmauer zu erklimmen und in Richtung zweite Runde zu marschieren. Denn nur wer aus eigener Kraft die Mauer erklimmt und auch deren Rückseite meistert, kommt der Burg ein kleines Stückchen näher. Die Kandidaten dürfen nur so lange klettern, bis der dritte Abpfiff ertönt. Ihre Hilfsmaßnahmen sind ja durchaus edel. Jedoch sollten sie aufpassen, dass sie es rechtzeitig bis über die Ziellinie am Fuß der Grenzmauer schaffen, denn sonst sind auch sie ausgeschieden. Ja, das sieht man gerne. Teamwork wird hier noch grossgeschrieben. Natürlich wird es das. Es ist ja schliesslich ein Hauptwort und die werden ja bekanntlich alle grossgeschrieben. Die erste Etappe ist vorbei, doch noch warten acht Etappen auf die heutigen Kandidaten. Der General ist zufrieden. Gerade mal 18 Teilnehmer sind in der ersten Runde beim Sturm auf die Burg ausgeschieden. Doch zum Ausruhen ist keine Zeit. Die zweite Etappe wartet. Takeshis Mannen sind bereit. Dieses Spiel gleicht einem Familientreffen, denn hier haben es die 98 Kandidaten mit reichlich Verteidigern zu tun. Nicht nur die vier Abwehrrecken auf der Festung versuchen, den Kandidaten das Leben schwer zu machen. Weitere vier Verteidiger haben sich in der Festung verschanzt und werden den Teilnehmern von dort aus einheizen. Doch auch das ist längst nicht genug. Aller guten Dinge sind drei. Also schickt Takeshi noch eine dritte Abwehrreihe ins Rennen. Die Vorhut sozusagen. Sie versuchen die Kandidaten daran zu hindern, die erste Festung zu erreichen. Zwölf Verteidiger gegen 98 Mitstreiter des Generals. Auch an seinem Geburtstag bekommt der General von Takeshi keine Geschenke. Aber das ist auch gut so. Schließlich ist dies ein sportlicher Wettbewerb. Und die Kandidaten sollen durch Leistung bestechen und nicht die Verteidiger bestechen. Mit einem Feuerwerk ging's los. Die Kandidaten müssen diese bewachte Festung erstürmen. Bei dieser Etappe müssen sie darauf achten, dass das runde Papierschild vor ihrem Gesicht nicht beschädigt wird. Wird es durchtränkt oder verloren, schreitet der Teilnehmer aus. Es ist neblig in Takeshi-Land. Die Verteidiger sind mit Druckluft gesteuerten Wasserpistolen ausgestattet, mit denen sie versuchen, die Papierschilder zu zerstören. Die Teilnehmer hingegen sind dem Wassermassen hilflos ausgeliefert. Eine gute Deckung ist daher die halbe Miete. Was für ein Erfolg für den General. Gerade mal ein Kandidat ist in der zweiten Etappe ausgeschieden. Wie konnte das passieren? Takeshi ist erzürnt. Er hatte doch angeordnet, dass in jeder Runde 10% der Teilnehmer ausscheiden müssen. Denn bei 10 Etappen wären das ja schliesslich 100%. Ishikura aber klärt Takeshi über die Gesetze der Prozentrechnung auf. Mal ganz abgesehen davon, dass heute nicht 10 Runden auf dem Programm stehen. Aber trotzdem, ein müder Kandidat pro Runde ist natürlich zu wenig. Er ist sich sicher, dass im nächsten Spiel ein Kandidat nach dem anderen die Koffer packen muss. Denn seine beiden Spezialisten fürs Grobe stehen bereits bereit. Der General schickt seinen ersten Mitstreiter ins Rennen. Auf ihn wartet eines der gefürchtetsten Spiele, das Wabenlabyrinth. Die Kandidaten müssen sich heute den Weg durch zwölf sechseckige Waben bahnen. Nur eine Ausgangstür führt die Sportler weiter in Richtung Takeshis Burg. Die anderen ins Wasser. Sechseckige Räume mit Tücken, Doppeltüren und überall lauert die Gefahr von Takeshis beiden Helfern gefasst zu werden. Übrigens, Takeshis Weisheit Nummer 1 lautet, nur ein nasser Kandidat ist ein guter Kandidat. Bekommt ein Verteidiger den Kandidaten zu fassen, wird sein Gesicht schwarz bemalt und er scheidet aus. Wenn er ihn denn zu fassen kriegt, wenn nicht, wird er eben nass. Doch nicht alle Kandidaten landen im Wasser oder in den Händen des Verteidigers. Manche schaffen es auch irgendwie ans Ziel. Für die meisten aber endet dieses Spiel unsanft. Das Motto der Verteidiger lautet, ihr könnt rennen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Früher oder später kriegen wir euch. Und sie rennt und wird dann doch endlich erwischt. Und schwarz bemalt und das bedeutet, raus aus dem Spiel. Was für eine Schande für diese Kandidatin. Naja, vielleicht hat der nächste ja ein glücklicheres Händchen bei der Wahl seines Weges. Vielleicht aber auch nicht. Der nächste Herr, dasselbe Labyrinth. Mit Gewalt jedenfalls ist noch keiner zum Erfolg gekommen. Nein, man braucht da eher eine gute Taktik, um den beiden Wilden zu entkommen und den richtigen Weg zu finden. Hat man die nicht, geht man im wahrsten Sinne des Wortes baden. Als ganz besonders erfolglos hat sich die immer geradeaus-Taktik erwiesen. Die letzte Kandidatin beherrscht sie perfekt. Nach diesem Spiel haben sich Takeshi und Ishikura einen kleinen Imbiss verdient. 13 Kandidaten sind vom richtigen Weg abgekommen und haben somit die Heimreise gebucht. Für 84 Teilnehmer aber geht es weiter in Richtung Burg. Eine Frage stellt sich dem Fürsten jedoch. Ist dieser chinesische Wok wirklich so gut, wie er im Teleshop angepriesen wurde? Was wurde nicht alles versprochen? Kochen, dünsten, braten. Unglaublich vielseitig dieses Ding. Besonders gut gefällt Takeshi, dass man das Ding im Winter auch als Schüsselschlitten benutzen kann. Ein wahres Schnäppchen. Fussballstar Michiro Yo ist für das nächste Spiel verantwortlich. Er bittet die Kandidaten zum Torwartraining. Der Jungstar in Takeshis Mannschaft wird nun Fussbälle in die Luft schießen. Die Aufgabe der Kandidaten wird es sein, diese Bälle zu fangen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Die Teilnehmer müssen sich nämlich zunächst einen Weg durch das matschige Spielfeld bannen. Denn hier greift Takeshis Weisheit Nummer zwei. Nur ein matschiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Selbst Nudelsuppe kann man in diesem Wok zubereiten. Michiro Yo ist zudem nicht unbedingt für seine Passgenauigkeit bekannt. Doch manchmal findet einer seiner Pässe sein Ziel. Doppelpässe werden in diesem Spiel nicht gerne gesehen. Es geht hier um Sporhort und nicht um Politik. Michiro Yo's Pässe sind heute ungewöhnlich gut. Bisher aber taugen nur die wenigsten Kandidaten zum Nationaltorhüter. Es nutzt doch nichts zum Hechtsprung anzusetzen, wenn der Ball schon im Matsch liegt. Aber es sieht gut aus. Fünf Meter vor und drei zurück, er fängt den Ball mit etwas Glück. Takeshi weist seinen Berater darauf hin, dass diese Suppe und das letzte Spiel sehr viel gemein haben. Beide sind unglaublich matschig. Aber sei's drum, immerhin, zehn Kandidaten mussten hinter sich greifen und werden somit den Fürsten nicht zu Gesicht bekommen. Und lustig war es allemal, Michiro Yo hat als Tova-Trainer durchaus eine Zukunft. Sollte diese Stelle beim ersten FC Takeshi-Land frei werden, ist er der allererste Anwärter auf diese ehrenamtliche Position. Doch genug vom Fußball geredet, wenden wir uns der Leichtathletik zu. Zum Beispiel dem Hindernislauf. Diese Disziplin hat für Takeshi immer noch den höchsten Stellenwert. In keiner anderen Sportart findet man so viele amüsante Fallübungen. Besonders schön wird es, wenn wechselnde Fallen versteckt sind. Auf die Kandidaten des Generals wartet nun ein kurzer Sprint über den Drachensee. 25 Steine sollen die Überquerung möglich machen, aber Vorsicht, wechselweise sind immer fünf Steine locker. Der richtige Weg auf dieser Etappe ist also immer ein anderer, aber meistens der falsche. Eine Chance bekommt sie noch, rechts oder links, das fragen sich nicht nur Elfmeterschützen. Ach, was für ein Flug. Aber keine Angst, Sicherheit wird bei Takeshi groß geschrieben. Steine sind natürlich nicht echt. Und nass dürfen die Kandidaten ruhig werden. Reulen aber sollen sie sich nicht holen. Bisher hat es noch niemand geschafft, das andere Ufer zu erreichen. Manche Kandidaten schaffen es noch nicht einmal, an den Steinen vorbei aus dem Wasser zu kommen. Ja, wie sollen sie es dann erst über die Steine schaffen? Er rutscht einmal, zweimal und ab geht's! Dass man auch ausscheiden kann, ohne auf den falschen Stein zu treten, beweist diese Kandidatin. Takeshi hat gut lachen. Diese Etappe ist ein voller Erfolg. Meine Damen und Herren, das letzte Einhorn, um genau zu sein, das allerletzte. Doch manchmal, wenn der Mond in einem besonders günstigen Winkel zur Sonne steht und man mit bloßem Auge den Planeten Pluto sehen kann, gelingt es einem Kandidaten, das rettende Ufer zu erreichen. Sage und schreibe, 19 Kandidaten haben auf dem Drachensee den falschen Stein betreten. Für sie heißt es, abtrocknen, abreisen. Für immerhin noch 55 Sportler geht es weiter. Sie haben noch vier Etappen zu überstehen, bevor sie dem Fürsten höchstpersönlich das Fürchten lehren können. Takeshi hat den Schock mit der Suppe überwunden. Mal sehen, was man noch alles aus diesem Bock hervorzaubern kann. Takeshis Freund Alf würde es vielleicht mit Katzen probieren, aber Takeshi bleibt bei der traditionellen Küche. Aber Katzen, da war doch noch was. Ah, gutes Stichwort. Die sechste Etappe der Katzenjammer. Jeweils zehn Kandidaten treten hier gleichzeitig an. Dabei stecken sie in leicht unförmigen, rosaroten Katzenkugeln. Die Kandidaten stehen am Fuße eines kleinen Hügels. Auf dem Hügel steht der Katzenwärter des Fürsten Takeshi. Weiter kommt nur, wer es bis zum Katzenwärter oben auf dem Hügel schafft. Zusätzlich gibt es nur noch eine weitere Regel bei dieser Prüfung. Die Kandidaten dürfen sich nur dann bewegen, wenn der Wärter auf dem Hügel redet und ihnen den Rücken zuwendet. Dreht er sich zu ihnen um, darf sich nichts und niemand bewegen. Ertappt der Wärter einen Teilnehmer, der sich dennoch vorwärts bewegt, ist diese Runde für diesen gelaufen. Wie lange der Katzenwärter spricht, bleibt ihm selbst überlassen. Er allein bestimmt das Tempo in diesem Spiel. Auch was der Katzenwärter so genau sagt. Er bleibt ihm selbst überlassen. Hier noch ein Zitat. Reißt die Katze eine Kuh, gibt's drei Wochen lang Ragout. Reißt sie einen Ozelot, gibt's drei Wochen Zooverbot. Ach, die ersten beiden Katzen oder Kater sind oben, aber noch sind zwei auf dem Hügel. Geschmeidig bewegen sich die beiden auf Samtpfoten in Richtung nächste Runde. Aber der Katzenwärter ist gefürchtet, nicht nur wegen seiner schlechten Witze. Ja, ja, knapp vorbei ist auch vorbei. Die nächsten zehn bitte. Bei diesem Spiel kann auch der Domino-Effekt eintreten. Wer umfällt, fliegt raus, egal ob selbst verschuldet oder nicht. Es gibt eben Situationen, da sitzen alle im selben Boot. Es ist ein langer Weg bis ganz nach unten, aber runter kommen sie. Fast alle. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht den Takeshi froh. Huschusch, ab ins Katzenkörbchen. Herzlichen Glückwunsch Nummer neun, Sie haben es geschafft, zumindest bis in die siebte Etappe. Ja, ja, meine liebe Sieben, das war wohl nichts. War da vielleicht ein Hund hinter dem Kandidaten her? Wie dem auch sei, das Spiel ist vorbei. Die Bilanz dieses Spieles ist erfreulich für den Fürsten. Schon wieder hat es 19 Kandidaten erwischt. Es sieht so aus, als könne der Fürst auch heute wieder seine Burg verteidigen. Aber man soll den Tag ja bekanntlich nicht vor dem Abendessen loben und das brutzelt weiterhin muntert vor sich hin. Auf die Frage, was es denn zum Abendbrot gäbe, antwortet Ishikura, in Anlehnung an das letzte Spiel scherzhaft. Es gibt Reis, Baby. Takeshi wundert sich. Was ist denn heute los? Hat sein Berater nicht schon mal bessere Witze gerissen? Nun wartet eine echte Piratenprüfung auf die Kandidaten. Sie dürfen oder müssen über die Planke laufen. Keine leichte Aufgabe, denn es warten gleich zwei rotierende, nach vorn Spitz zulaufende Planken auf die verbliebenen 36 Piraten. Insider behaupten, diese Aufgabe wäre die schwerste in Takeshis großer Spiele-Sammlung. Als kritischer Punkt hat sich in der Vergangenheit der Übergang zwischen den beiden Planken erwiesen. Balancegefühl und Schnelligkeit sind gefragt, will man nicht im Staub landen und somit ausscheiden. Wer zu langsam ist, scheidet ebenfalls aus. Die frei schwingenden Totenkopfkissen sorgen dafür, dass lahme Enten genauso enden wie unruhige Katzen. Aber wer fällt, der landet weich. Wie wäre es mit Takeshis Weisheit Nummer 4? Nur ein staubiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Konzentration ist beim Übergang auf die gelbe Planke gefragt. Nur wer sich voll auf diesen winzigen Punkt konzentrieren kann, kommt in die nächste Runde. Die meisten Kandidaten sind, ob der Größe des Spielgeräts, bereits so beeindruckt, dass sie es nicht schaffen, das Ziel auf der anderen Seite des Staubgrabens zu erreichen oder zumindest die ersten zwei Meter zu überstehen. Dieser Kandidat macht einen großen Fehler. Er schafft es zwar auf die gelbe Planke, will dann aber zu schnell zu viel erreichen. Auch für ihn heißt es Wiedersehen. Aber immerhin, er trägt es mit Fassung oder mit Mehl. 50 Prozent des Weges liegen hinter ihm. Die halbe Miete aber ist das noch nicht. Tja, tatsächlich. Sein Balancegefühl und Geschick sind beispielhaft. Er beweist, auch diese Prüfung ist nicht unmöglich. Aber fast. Aber keine Angst, Fürst. Der General hat auch an seinem Geburtstag nur einen solchen Hochseil-Akrobaten in seiner Mannschaft. Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und grosse Planken werfen ihre Kandidaten ab. Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Faktor ist bekanntlich die Fliehkraft. An den Spitzen der Planken wirken die Kräfte gegeneinander. Es ist somit fast unmöglich, sich da auf den Beinen zu halten. Der Tag neigt sich dem Ende und das Team des Generals tangiert gegen Null. Weitere 17 Kandidaten mussten die Segel streichen und können somit zusehen, wie der Fürst genüsslich eine Schüssel Reis verputzt. Aber noch immer bedrohen 19 Teilnehmer die Burg und sind entschlossen, dem General ein Geschenk zu machen. Takeshi aber befiehlt, sing dem General ein Ständchen und zwar jede eins. Ab in den Club, es ist Zeit für Karaoke. Beim ersten Lied geht es um Tintenstrahldrucker. Hier der Gastgeber mit Bondu Oki. Naja, also da lassen wir dann doch lieber die Kandidaten ran. Der Fürst hat heute einen bunten Strauß voll schöner Melodien gebunden. Das heißt, sie waren mal schön. Die Kandidaten werden das ja nun ändern. Als erster Kandidat betritt Heino San den Club. Sein Lied kennt jeder. Außer ihm. In den blauen Bergen. Wie immer entscheiden Sekiyama und Sokomiso über sein oder nicht sein. Hoffentlich entscheiden sie bald. Das ist der Grauenhaft. Danke, das genügt. Der Kandidat fliegt achtkantig raus. Er kann froh sein, wenn er nicht noch wegen Körperverletzung angezeigt wird. Ja, so kann es weitergehen. Der nächste bitte. Für ihn hat sich Takeshi einen absoluten Klassiker ausgesucht. Rolf Zukowski und seine Freunde verhalfen diesem Song zu Weltruhm. Erleben sie nun, wie all das in nur 30 Sekunden dahin ist. Oh! Oh! Ah, das war ja zu befürchten. Schlimm, schlimm. Raus mit ihm aber Dalli. Ja, der nächste Kandidat könnte es da einfacher haben. Als Mitglied in der Mannschaft des Generals sollte er dieses Lied eigentlich kennen. Laternen gibt es genug vor dem Club. Nach seinem Ausscheiden kann er weiter üben. Das war ja zu befürchten. Ja, das kann man ja immer gelten lassen. Aber es reicht ja dann auch. Dieser Kandidat ist eine Runde weiter und wird zum Karaoke-King gekürt. Die Bunnies begleiten ihn in die nächste Runde, während der nächste schon auf dem Weg ist. Er hat gebeten, doch einen guten alten Schlager singen zu dürfen. Takeshi kommt dieser bitte selbstverständlich nicht nach und unser Kandidat ist geschockt. Dieses Lied hat er noch nie gehört. Gut so, dann wird es wenigstens lustig. An dieser Stelle sollte der Kandidat eigentlich singen. Ja, drücken gilt nicht. Textschwäche? Kein Problem. Der korrekte Text lautet, Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Also bitte, mit La 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 kommt hier wohl keiner in die nächste Runde. Unglaublich, was nimmt sich dieser Kandidat da raus? Sekiyama und Soko Miso sind entsetzt, der Fürst aber nimmt's gelassen. Hauptsache, der Reis ist naturbelassen, da ist es nicht weiter schlimm, dass bisher keiner der Kandidaten ein Naturtalent beim Singen war. Wenn sie nicht gut ist, werden die beiden Richter über den schlechten Geschmack ihr bald freundlich zuflüstern. Lass es sein, lass es sein. Sehr schön, diese Instrumentalversion. Sekiama und Soko Miso haben das Lied sofort erkannt. Es war ABBA mit What have they done to my song. Aber schön war's, damit darf sie sich schon auf die nächste Runde freuen. Und wenn der nächste so singt, wie er aussieht, dürfen wir uns auf einen echten Knaller freuen. Ich bin der Kandidat, der Kandidat ist. Na ja, also am Anfang ging es ja noch, aber dann, es ist doch nichts zum Aushalten. Takeshi befiehlt, genug gesungen. Zehn Sänger konnten sich durchsetzen und stehen nun vor den fünf geheimen Eingängen. Wird die Burg heute endlich fallen? Zehn Kandidaten haben es beim heutigen Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi bis in die neunte Etappe geschafft. Gleich werden wir wissen, wer die Burg erreicht. Die fünf geheimen Zugänge zum Vorplatz der Burg des Fürsten werden jeden Tag von anderen Sportlern oder Geistern bewacht. Wie immer sind es Makoto und Tatsuo, die zur Unterhaltung des Fürsten jeden Tag aus Neue in andere Rollen schlüpfen. Heute als südwallisischer Stockkämpfer und seine Frau. Die beiden werden uns nun ein beeindruckendes Kunststück zeigen, das Jackie-Chan von Neid erblassen würde. Achtung! Naja, also Tatsuo verwechselt da Makoto wohl mit einem Besen. Ist dieses Schauspiel vorbei, werden sie sich in zwei Geheimgängen zum Vorplatz der Burg verstecken. Verirrt sich ein Kandidat, werden sie zur Stelle sein. Zwei Bewacher für fünf Geheimgänge, den zehn Kandidaten bleiben bei der neunten Etappe also nur drei Wege offen, um ans Ziel zu gelangen. Wählt man den falschen Weg, verschwindet man in den unheimlichen Tiefen der unterirdischen Gänge. Unterstützt werden die beiden von Ritter Chu, einem Samurai-Ritter, der die Kandidaten aus dem Konzept bringen soll, soweit sie denn eines haben. Sie haben, der erste Kandidat steht im Finale. Und die Nummer zwei, die folgt sogleich. Ja, man muss auch verlieren können. Er ist ausgeschieden. Schlimmer noch, er landete bei Makotus Rao. Brava! Die nächste Kandidatin steht im Finale. Heute könnte die Burg tatsächlich fallen. Jawohl, auch der Herr mit dem Blumentopf am Kopf tritt dem Fürst persönlich gegenüber. Auch das war der richtige Sprung. Er führt durch einen Geheimgang zum Vorplatz der Burg des Fürsten. Takeshi ist beunruhigt. Warum? fragt Ishikura. Naja, weil so viele Kandidaten es ins Finale geschafft haben. Nein, weil da Reis angebrannt ist. Jetzt müssen die beiden aber los. Das Finale steht an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun von einstmals 116 Kandidaten haben es bis ins Finale geschafft. Der General macht seinen Leuten den Ernst der Lage klar. Sie sollen an seinen einen Geburtstagswunsch denken. Die Burg muss fallen. Heute soll es eine Sensation geben. Und diese Neuen stehen nun der noch vollständigen Mannschaft des Fürsten gegenüber. Takeshi sitzt in seinem Spezialfahrzeug und erwartet den Ansturm der neuen Finalisten gelassen. Er bringt auch heute seine neueste Laborentwicklung zum Einsatz, das Mondfahrzeugspiel. Es gilt mit einem Wasserstrahl das Papierschild am Wagen eines Gegners zu treffen und ihn somit auszuschalten. Trifft ein Schuss, den Wagen des Fürsten ist die Burg gefallen. Sind alle Wagen der Kandidaten getroffen, ist der Angriff abgewehrt. Takeshi aber ist sich sicher. Neun ausgepumpte Gestalten, na das kann ja wohl keine Gefahr sein. Der General bläst zum Angriff, das Finale ist eröffnet. wird es aber nicht immer einer必에는 Richtung übermmm müssen sie tritt singen. Verst %. Verst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Feuerwerk zeigt es an. Der Fürst hat auch heute seine Burg verteidigt. Die neun Kandidaten waren nicht in der Lage, ihn und seine Mannen zu besiegen. Der General entschuldigt sich. Er sei nicht würdig, hier zu sprechen. Er entschuldige sich dafür, selbst an seinem Geburtstag versagt zu haben. Er gelobt jedoch, seine Anstrengungen zu verdoppeln und es bereits morgen erneut zu versuchen, bei einem weiteren Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi. Die Kandidaten dürfen nur so lange klettern, bis der dritte Abpfiff ertönt. Ihre Hilfsmaßnahmen sind ja durchaus edel. Jedoch sollten sie aufpassen, dass sie es rechtzeitig bis über die Ziellinie am Fuß der Grenzmauer schaffen, denn sonst sind auch sie ausgeschieden. Ja, das sieht man gerne. Teamwork wird hier noch grossgeschrieben. Natürlich wird es das. Es ist ja schliesslich ein Hauptwort und die werden ja bekanntlich alle grossgeschrieben. Die erste Etappe ist vorbei, doch noch warten acht Etappen auf die heutigen Kandidaten. Der General stimmt seine Leute ein. Heute sind es 116 Kandidaten, die mit ihm neun Etappen überstehen müssen, wollen sie die Burg erstürmen. 116 junge Männer und Frauen, die seit vielen Wochen auf diesen Tag hin trainiert haben. Ah, der General bekommt ein Geschenk. Die Teilnehmer haben nämlich herausgefunden, dass er heute Geburtstag hat. Der General aber hat nur einen Wunsch. Die Burg des Fürsten soll heute endlich fallen. Auf geht's zur ersten... Und wieder bricht ein Tag auf der Burg des Fürsten Takeshi an. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, seine Burg zu stürmen. Sein Gegner ist der General, der täglich neue Freiwillige findet, die mit ihm die Burg erobern wollen. Allerdings hält Takeshis Abwehr dagegen. Aber der Fürst ist vorbereitet. Sein Ratgeber, der verschlagene Berater Ishikura, trainiert die fürstliche Abwehrmannschaft. Ihr grösster Spaß ist es, den Kandidaten des Generals das Leben schwer zu machen. Heute ist der Fürst besonders gute Dinge, denn er hat einen neuen Lieblingsverteidiger. Einstmals wurde er als Agent verpflichtet, doch inzwischen hat er sich zu einem vollwertigen Mitglied in Takeshis Abwehrmannschaft entwickelt. Die Rede ist natürlich vom Verteidiger, der früher als Agent 00815 bekannt war. Seine Spezialdisziplin, das Tortenwerfen. Aus bis zu 80 Metern schaffte er es, sechs Kandidaten auszuschalten. Oder waren es 80 Kandidaten aus sechs Metern? Etappe der Grenzmauer. Die Kandidaten müssen sie überwinden. Steil die Wand hoch, über die Kante und auf der anderen Seite lauert eine nasse, rutschige Schräge. Die Mauer ragt mehr als zwei Meter empor und die Prüflinge müssen sich mit reiner Muskelkraft über das Hindernis ziehen. Die Hobbysportler dürfen sich nicht von den Verziehungen auf der Grenzmauer ablenken lassen. Künstlerisch ist das alles zwar sehr anspruchsvoll, jedoch ist es für sie wichtig, die Grenzmauer zu erklimmen und in Richtung zweite Runde zu marschieren. Denn nur wer aus eigener Kraft die Mauer erklimmt und auch deren Rückseite meistert, kommt der Burg ein kleines Stückchen näher. Für die meisten aber endet dieses Spiel unsanft. Das Motto der Verteidiger lautet, ihr könnt rennen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Früher oder später kriegen wir euch. Und sie rennt und wird dann doch endlich erwischt. Und schwarz bemalt und das bedeutet, raus aus dem Spiel. Was für eine Schande für diese Kandidatin. Naja, vielleicht hat der nächste ja ein glücklicheres Händchen bei der Wahl seines Weges. Vielleicht aber auch nicht. Der nächste Herr, dasselbe Labyrinth. Mit Gewalt jedenfalls ist noch keiner zum Erfolg gekommen. Nein, man braucht da eher eine gute Taktik, um den beiden Wilden zu entkommen und den richtigen Weg zu finden. Hat man die nicht, geht man im wahrsten Sinne des Wortes baden. Als ganz besonders erfolglos hat sich die immer-gerade-aus-Taktik erwiesen. Die letzte Kandidatin beherrscht sie perfekt. Nach diesem Spiel haben sich Takeshi und Ishikura einen kleinen Imbiss verdient. 13 Kandidaten sind vom richtigen Weg abgekommen und haben somit die Heimreise gebucht. Für 84 Teilnehmer aber geht es weiter in Richtung Burg. Eine Frage stellt sich dem Fürsten jedoch. Ist dieser chinesische Wok wirklich so gut, wie er im Teleshop angepriesen wurde? Was wurde nicht alles versprochen? Kochen, dünsten, braten. Unglaublich vielseitig dieses Ding. Besonders gut gefällt Takeshi, dass man das Ding im Winter auch als Schüsselschlitten benutzen kann. Ein wahres Schnäppchen. Fussballstar Michiro Yo ist für das nächste Spiel verantwortlich. Er bittet die Kandidaten zum Torwarttraining. Der Jungstar in Takeshis Mannschaft wird nun Fussbälle in die Luft schiessen. Die Aufgabe der Kandidaten wird es sein, diese Bälle zu fangen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Die Teilnehmer müssen sich nämlich zunächst einen Weg durch das matschige Spielfeld bannen. Denn hier greift Takeshis Weisheit Nummer zwei, nur ein matschiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Selbst Nudelsuppe kann man in diesem Wok zubereiten. Michiro Yo ist zudem nicht unbedingt für seine Passgenauigkeit bekannt. Doch manchmal findet einer seiner Pässe sein Ziel. Doppelpässe werden in diesem Spiel nicht gerne gesehen. Es geht hier um Sporhort und nicht um Politik. Michiro Yo's Pässe sind heute ungewöhnlich gut. Bisher aber taugen nur die wenigsten Kandidaten zum Nationaltorhüter. Es nutzt doch, den Teilnehmer sind in der ersten Runde beim Sturm auf die Burg ausgeschieden. Doch zum Ausruhen ist keine Zeit. Die zweite Etappe wartet. Takeshis Mannen sind bereit. Dieses Spiel gleicht einem Familientreffen. Denn hier haben es die 98 Kandidaten mit reichlich Verteidigern zu tun. Nicht nur die vier Abwehrrecken auf der Festung versuchen, den Kandidaten das Leben schwer zu machen. Weitere vier Verteidiger haben sich in der Festung verschanzt und werden den Teilnehmern von dort aus einheizen. Doch auch das ist längst nicht genug. Aller guten Dinge sind drei. Also schickt Takeshi noch eine dritte Abwehrreihe ins Rennen. Die Vorhut sozusagen. Sie versuchen, die Kandidaten darin zu hindern, die erste Festung zu erreichen. Zwölf Verteidiger gegen 98 Mitstreiter des Generals. Auch an seinem Geburtstag bekommt der General von Takeshi keine Geschenke. Aber das ist auch gut so. Schließlich ist dies ein sportlicher Wettbewerb. Und die Kandidaten sollen durch Leistung bestechen und nicht die Verteidiger bestechen. Mit einem Feuerwerk ging's los. Die Kandidaten müssen diese bewachte Festung erstürmen. Bei dieser Etappe müssen sie darauf achten, dass das runde Papierschild vor ihrem Gesicht nicht beschädigt wird. Wird es durchtränkt oder verloren, scheidet der Teilnehmer aus. Es ist neblig in Takeshi-Land. Die Verteidiger sind mit Druckluft gesteuerten Wasserpistolen ausgestattet, mit denen sie versuchen, die Papierschilder zu zerstören. Die Teilnehmer hingegen sind den Wassermassen hilflos ausgeliefert. Eine gute Deckung ist daher die halbe Miete. Was für ein Erfolg für den General. Gerade mal ein Kandidat ist in der zweiten Etappe ausgeschieden. Wie konnte das passieren? Takeshi ist erzürnt. Er hatte doch angeordnet, dass in jeder Runde 10% der Teilnehmer ausscheiden müssen. Denn bei 10 Etappen wären das ja schliesslich 100%. Ishikura aber klärt Takeshi über die Gesetze der Prozentrechnung auf. Mal ganz abgesehen davon, dass heute nicht 10 Runden auf dem Programm stehen. Aber trotzdem, ein müder Kandidat pro Runde ist natürlich zu wenig. Er ist sich sicher, dass im nächsten Spiel ein Kandidat nach dem anderen die Koffer packen muss. Denn seine beiden Spezialisten fürs Grobe stehen bereits bereit. Der General schickt seinen ersten Mitstreiter ins Rennen. Auf ihn wartet eines der gefürchtetsten Spiele. Das Wabenlabyrinth. Die Kandidaten müssen sich heute den Weg durch zwölf sechseckige Waben bahnen. Nur eine Ausgangstür führt die Sportler weiter in Richtung Takeshis Burg. Die anderen ins Wasser. Sechseckige Räume mit Tücken, Doppeltüren und überall lauert die Gefahr, von Takeshis beiden Helfern gefasst zu werden. Übrigens, Takeshis Weisheit Nummer 1 lautet, nur ein nasser Kandidat ist ein guter Kandidat. Bekommt ein Verteidiger den Kandidaten zu fassen, wird sein Gesicht schwarz bemalt und er scheidet aus. Wenn er ihn denn zu fassen kriegt, wenn nicht, wird er eben nass. Doch nicht alle Kandidaten landen im Wasser oder in den Händen des Verteidigers. Manche schaffen es auch irgendwie ans Ziel. Und wieder bricht ein Tag auf der Burg des Fürsten Takeshi an. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, seine Burg zu stürmen. Sein Gegner ist der General, der täglich neue Freiwillige findet, die mit ihm die Burg erobern wollen. Allerdings hält Takeshis Abwehr dagegen. Aya, der Fürst, ist vorbereitet. Sein Ratgeber, der verschlagene Berater Ishikura, trainiert die fürstliche Abwehrmannschaft. Ihr grösster Spaß ist es, den Kandidaten des Generals das Leben schwer zu machen. Heute ist der Fürst besonders gute Dinge, denn er hat einen neuen Lieblingsverteidiger. Einstmals wurde er als Agent verpflichtet, doch inzwischen hat er sich zu einem vollwertigen Mitglied in Takeshis Abwehrmannschaft entwickelt. Die Rede ist natürlich vom Verteidiger, der früher als Agent 00815 bekannt war. Seine Spezialdisziplin? Das Tortenwerfen. Aus bis zu 80 Metern schaffte er es, sechs Kandidaten auszuschalten. Oder waren es 80 Kandidaten aus sechs Metern? Der General stimmt seine Leute ein. Heute sind es 116 Kandidaten, die mit ihm neun Etappen überstehen müssen, wollen sie die Burg erstürmen. 116 junge Männer und Frauen, die seit vielen Wochen auf diesen Tag hin trainiert haben. Ah, der General bekommt ein Geschenk. Die Teilnehmer haben nämlich herausgefunden, dass er heute Geburtstag hat. Der General aber hat nur einen Wunsch. Die Burg des Fürsten soll heute endlich fallen. Die Burg des Fürsten soll heute endlich fallen. Auf geht's zur ersten Etappe, der Grenzmauer. Die Kandidaten müssen sie überwinden. Steil die Wand hoch, über die Kante und auf der anderen Seite lauert eine nasse, rutschige Schräge. Die Mauer ragt mehr als zwei Meter empor und die Prüflinge müssen sich mit reiner Muskelkraft über das Hindernis ziehen. Die Hobbysportler dürfen sich nicht von den Verziehungen auf der Grenzmauer ablenken lassen. Künstlerisch ist das alles zwar sehr anspruchsvoll, jedoch ist es für sie wichtig, die Grenzmauer zu erklimmen und in Richtung zweite Runde zu marschieren. Denn nur wer aus eigener Kraft die Mauer erklimmt und auch deren Rückseite meistert, kommt der Burg ein kleines Stückchen näher. Die Kandidaten dürfen nur so lange klettern, bis der dritte Abpfiff ertönt. Ihre Hilfsmaßnahmen sind ja durchaus edel. Jedoch sollten sie aufpassen, dass sie es rechtzeitig bis über die Ziellinie am Fuß der Grenzmauer schaffen, denn sonst sind auch sie ausgeschieden. Ja, das sieht man gerne. Teamwork wird hier noch groß geschrieben. Natürlich wird es das. Es ist ja schliesslich ein Hauptwort und die werden ja bekanntlich alle groß geschrieben. Die erste Etappe ist vorbei, doch noch warten acht Etappen auf die heutigen Kandidaten. Der General ist zufrieden, gerade mal 18, nichts zum Hechtsprung anzusetzen, wenn der Ball schon im Matsch liegt. Aber es sieht gut aus. Fünf Meter vor und drei zurück, er fängt den Ball mit etwas Glück. Takeshi weist seinen Berater darauf hin, dass diese Suppe und das letzte Spiel sehr viel gemein haben. Beide sind unglaublich matschig. Aber sei's drum, immerhin, zehn Kandidaten mussten hinter sich greifen und werden somit den Fürsten nicht zu Gesicht bekommen. Und lustig war es allemal, Michiro Yo hat als Tova-Trainer durchaus eine Zukunft. Sollte diese Stelle beim 1. FC Takeshi-Land frei werden, ist er der allererste Anwärter auf diese ehrenamtliche Position. Doch genug vom Fußball geredet, wenden wir uns der Leichtathletik zu. Zum Beispiel dem Hindernislauf. Diese Disziplin hat für Takeshi immer noch den höchsten Stellenwert. In keiner anderen Sportart findet man so viele amüsante Fallübungen. Besonders schön wird es, wenn wechselnde Fallen versteckt sind. Auf die Kandidaten des Generals wartet nun ein kurzer Sprint über den Drachensee. 25 Steine sollen die Überquerung möglich machen, aber Vorsicht, wechselweise sind immer fünf Steine locker. Der richtige Weg auf dieser Etappe ist also immer ein anderer, aber meistens der falsche. Eine Chance bekommt sie noch, rechts oder links, das fragen sich nicht nur Elfmeterschützen. Ach, was für ein Flug! Aber keine Angst, Sicherheit wird bei Takeshi großgeschrieben. Steine sind natürlich nicht echt. Und nass dürfen die Kandidaten ruhig werden, Reulen aber sollen sie sich nicht holen. Bisher hat es noch niemand geschafft, das andere Ufer zu erreichen. Manche Kandidaten schaffen es noch nicht einmal, an den Steinen vorbei aus dem Wasser zu kommen. Ja, wie sollen sie es dann erst über die Steine schaffen? Er rutscht einmal, zweimal und ab geht's! Dass man auch ausscheiden kann, ohne auf den falschen Stein zu treten, beweist diese Kandidatin. Takeshi hat gut lachen. Diese Etappe ist ein voller Erfolg. Meine Damen und Herren, das letzte Einhorn, um genau zu sein, das allerletzte. Doch manchmal, wenn der Mond in einem besonders günstigen Winkel zur Sonne steht und man mit bloßem Auge den Planeten Pluto sehen kann, gelingt es einem Kandidaten, das rettende Ufer zu erreichen. Sage und schreibe, 19 Kandidaten haben auf dem Drachensee den falschen Stein betreten. Für sie heißt es, abtrocknen, abreisen. Für immerhin noch 55 Sportler geht es weiter. Sie haben noch vier Etappen zu überstehen, bevor sie dem Fürsten höchstpersönlich das Fürchten lehren können. Takeshi hat den Schock mit der Suppe überwunden. Mal sehen, was man noch alles aus diesem Bock hervorzaubern kann. Takeshis Freund Alf würde es vielleicht mit Katzen probieren, aber Takeshi bleibt bei der traditionellen Küche. Aber Katzen, da war doch noch was. Ah, gutes Stichwort. Die sechste Etappe, der Katzenjammer. Jeweils zehn Kandidaten treten hier gleichzeitig an. Dabei stecken sie in leicht unförmigen, rosaroten Katzenkugeln. Die Kandidaten stehen am Fuße eines kleinen Hügels. Auf dem Hügel steht der Katzenwärter des Fürsten Takeshi. Weiter kommt nur, wer es bis zum Katzenwärter oben auf dem Hügel schafft. Zusätzlich gibt es nur noch eine weitere Regel bei dieser Prüfung. Die Kandidaten dürfen sich nur dann bewegen, wenn der Wärter auf dem Hügel redet und ihnen den Rücken zuwendet. Dreht er sich zu ihnen um, darf sich nichts und niemand bewegen. Ertappt der Wärter einen Teilnehmer, der sich dennoch vorwärts bewegt, ist diese Runde für diesen gelaufen. Wie lange der Katzenwärter spricht, bleibt ihm selbst überlassen. Er allein bestimmt das Tempo in diesem Spiel. Auch was der Katzenwärter so genau sagt, bleibt ihm selbst überlassen. Hier noch ein Zitat. Reißt die Katze eine Kuh, gibt's drei Wochen lang Ragu. Reißt sie einen Ozelot, gibt's drei Wochen Zooverbot. Ach, die ersten beiden Katzen oder Kater sind oben, aber noch sind zwei auf dem Hügel. Geschmeidig bewegen sich die beiden auf Samtpfoten in Richtung nächste Runde. Aber der Katzenwärter ist gefürchtet, nicht nur wegen seiner schlechten Witze. Ja, ja, knapp vorbei ist auch vorbei. Die nächsten zehn bitte. Bei diesem Spiel kann auch der Domino-Effekt eintreten. Wer umfällt, fliegt raus, egal ob selbst verschuldet oder nicht. Es gibt eben Situationen, da sitzen alle im selben Boot. Es ist ein langer Weg bis ganz nach unten, aber runter kommen sie, fast alle. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht den Takeshi froh. Huschusch, ab ins Katzenkörbchen. Herzlichen Glückwunsch Nummer 9, Sie haben es geschafft. Zumindest bis in die siebte Etappe. Ja, ja, meine liebe Sieben, das war wohl nichts. War da vielleicht ein Hund hinter dem Kandidaten her? Wie dem auch sei, das Spiel ist vorbei. Die Bilanz...